Ja hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Squad Bader auf meinem Kanal Ja und es gab jetzt für meine Verhältnisse schon echt länger keinen Squad Bader mehr seit locker einer Woche oder so was ja für mich schon echt ziemlich öffnet ist aber wir fangen auch einfach mal instant an 4222 2222 2222 22222 Formation ja eine nicht so Mainstream Mainstream vorzunehmen Ja hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Squad Bader auf meinem Kanal Für meine Verhältnisse gab es jetzt schon eigentlich länger keinen Squad Bader mehr Ja weiß ich warum hat er in letzter Zeit keinen Bock mehr wirklich Squad zu bauen denn ich hatte so meine Teams mit denen es eigentlich recht gut lief heute bei der neunten 4222 Formation nicht so einer Mainstream Formation meiner Meinung nach und wir fangen auch mal instant an im Tor haben wir nämlich Hellthorn vom FC Porto Hellthorn mit 83 Hechten, 85 Reflexe, 78 Beisicherheit, 64 Tempo, 76 Abschlag und 80 Positioning Generell ziemlich ausgeglichene und solide Stats dazu noch ziemlich groß mit 1,80, 150 Coins gekostet also im Prinzip des Carding Preis kann man auf jeden Fall nix falsch machen auf die nächste Position haben wir dann Marcel Schmelzer auch zu ihm gibt es nicht so wirklich viel zu sagen gucken wir es mal an mit 78 Tempo, 70 Dribbling, 78 Defending, 72 passen und 72 Kopfball auch ziemlich solide Sets dazu Mittel-Mittler-Arbeitsrate was ich eigentlich immer ziemlich gut oder in Ordnung finde für einen Linksverteidiger ähm, ja, gibt nicht wirklich zu viel zu ihm zu sagen er ist nicht mäßig schnell, er ist nicht übermäßig körperstark, aber er ist solide ähm, dann hier in der in der Verteidigung haben wir zunächst Mats Hummels ja, Mats Hummels was gibt es zu ihm zu sagen? mit 65 Tempo 68 Dribbling, 86 Defending, 85 Kopfball und 75 passen auch ziemlich gute Ausrichtung des Stats hat leider kein Kopfballtor gemacht nach Necke oder so keine Ahnung warum, kostet im Prinzip 5k ist ein ziemlich guter Spieler 1,92 großer dazu, also echt, er ist eigentlich ein Kopfball-Beast hat bei mir irgendwie leider kein Kopfballtor gemacht verstehe ich auch nicht warum Hochmittel fällt bei ihm Gott sei Dank nicht auf denn ich hasse eigentlich normalerweise, wenn die Innenverteidiger mit nach vorne gehen wie gesagt, bei ihm fällt es nicht auf, deswegen ist das alles in Ordnung dann als Innenverteidiger-Partner haben wir einen erneuten sehr, sehr Kopfballstarken Spieler und zwar ist es Ela Queen Mangala 77 Tempo dazu noch ein bisschen schneller 82 Defending, 87 Kopfball, wie gesagt Hoch-Hoch-Arbeitslager ist auch hier in Ordnung, weil er auch meistens hinten bleibt wie gesagt, schnell, körperstark und auch eher Kopfballstarken aber auch eher kein Kopfballtor gemacht bei mir komisch, komisch, komisch aber jedenfalls ein ziemlich geiles Innenverteidiger-Duo eigentlich auf der Rest-Hoch-Position haben wir dann Danilo vom FC Porto ja, er wie Schmerz war eigentlich ein ziemlich unauffälliger Spieler hat hier ziemlich ausgedrücktes Stats mit 83 Tempo 78 Dribbling, 72 Schuss 86, äh 86, 76 Defending 77 passen und 70 Kopfball-Hochmittel-Arbeitslager ist dann eigentlich auch in Ordnung hat ein Tor geschossen, uh, uh ähm, ja, wie gesagt ausgedrücktes Stats, im Prinzip auch hier also im Prinzip die Ausmaßnahme bei mir meistens Chemie-Huren ähm, dann hier, wollen wir mal zum ZDM gehen da haben wir nämlich erstmal Kedira vom Real Madrid ja, Kedira Mittelhocharbeitslager ist schon mal bei ihm vorauszusagen ziemlich gut 1K kostet er ungefähr ja, 59 Tempo, 64 Dribbling 71 Schuss, 84 Defending, 74 Passen 78 Kopfball, joa, man denkt, boah, Kedira, Alter es ist ja so ein Lapp, naja so langsam, Digga, so langsam keine Ballbehandlung, kein Dribbling, boah aber er ist groß, hat dazu eine gute Arbeitsrate ist schneller als auf der Karte steht hat einen guten Schuss, hat einen guten Pass einen wirklich, wirklich guten Pass gutes Kopfball, gutes Defending also eigentlich für meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Spieler wird wahrscheinlich von den meisten unterschätzt genau wie sein Kollege weil auch dieser recht langsam ist und zwar ist es Xabi Alonso der hat nämlich nur 55 Tempo dazu 70 Dribbling, 75 Schuss, 81 Defending 88 Passen 66 Kopfball, auch er mit Hocharbeitsrat hat so bleibt einstens mit hinten was auch ziemlich schön ist auch er wird einfach unterschätzt weil er einfach nicht schnell genug ist wahrscheinlich für die meisten aber auch er, wie gesagt, schnell als auf der Karte draufsteht sein Defending ist gut sein Pass ist sensationös kostet 3,8K also auf jeden Fall kann man hier nichts falsch machen echt, und Leute, unterschätzt einfach Spiele nicht nur weil die langsam sind, bitte also echt, ich meine es gibt viele Pace-Huren hier in der Welt und vor allem die Barbo-Leute und so aber unterschätzt echt die beiden sind echt gut und die werden dann einfach nicht benutzt weil sie anscheinend zu langsam sind obwohl sie es nicht sind aber naja dann kommen wir zum ersten Inform in diesem Team und zwar ist es Giovanni Dos Santos von Villarreal joa, Giovanni Dos Santos hat 86 Tempo 89 Dribbling 78 Schuss 80 passen joa, dazu Forster Weakfoot Forster Skits hat in 6 Spielen 3 Tore gemacht ist eigentlich in Ordnung kostet 36k ungefähr ich finde ich ist für ihn ein sehr, sehr guter Preis denn er ist schnell sein Schuss ist echt ziemlich geil ähm sein Pass auch genauso sein Dribbling sind auch wunderschön wunderschön ähm ja generell die Toreausbeute in dem Team war komischerweise nicht so sensationell wie ich es mir vorgestellt habe aber das ist ein anderes Thema äh wie gesagt Giovanni Dos Santos in Form kann man sich definitiv Mauer geben und ausprobieren dann als anderen ZTM haben wir einen meiner Lieblingsspieler und zwar ist es Santi Casola von äh Arsenal London 78 Tempo 86 Dribbling 77 Schuss ähm 85 passen ist noch wichtig zu nennen 5 Star Weakfoot 4 Star Skits ist in Ordnung leider kein Tor geschossen obwohl ich es einfach probiert habe mit ihm wie es nur ging kostet ungefähr 14k kann man auf jeden Fall ausprobieren auch er ist nicht so langsam vielleicht in der zentralen ZTM also eigentlich ist er dieser ZTM in dieser Format so ein bisschen nach außen tendierend aber er als Spielmacher also als Zehner beispielsweise bei 4-1-2-1-2 kann ich mir sehr gut vorstellen ist leider ein bisschen klein aber trotzdem wie gesagt ein richtig richtig geiler Spieler dann im Sturm haben wir dazu noch Carlos Vela in Form also einen nächsten in Form ja Carlos Vela hat auch nur in 6 Spielen 3 Tore gemacht dazu aber 3 Vorlagen hat 87 Tempo 88 Dribbling 82 Schuss 74 passen 76 Koffer ist nicht so geil hochgegeben ist dann wieder richtig gut leider nur 2 Star Weakfoot also 2 Star und 4 Star Skills kostet etwa 50k ist auch ein ziemlich geiler Spieler weil er schnell ist schon stark okay sein Weakfoot ist echt ziemlich scheiße sein Dribbling sind genau wie bei Divert Giovanni dos Santos ziemlich geil wir gehen nochmal auf in seinem Bildschirm Carlos Vela ja zu ihm jetzt ich wollte viel zu sagen den kann man wenn er hier also Santicasola so ein L1 das passenden Lauf schlägt auf Carlos Vela die sind immer richtig geil und gefährlich kann man sich definitiv mal geben und dann als Stürmer haben wir noch dazu Fernando Torres von Chelsea man kann ja übrigens auch Soldado oder Negrado hinstellen auf dieser Formation aber ich habe es der Torres von Passos da irgendwie am besten nennen 77 Tempo nämlich 82 Dribbling 82 Schuss dazu 70 passen und 85 75 Kopfball hat in 6 Spielen 4 Tore geschossen also am meisten solche Krippeltore so von Fernando Torres 4 Star Week 3 Star Skills ist auch eigentlich ziemlich geil generell der Storm Duo hat mir ziemlich gut gefallen meiner Meinung nach generell das Team kostet glaube ich 120k circa so zufrieden also ich hätte mir mehr von dem Team erwünscht das war trotzdem gut aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr vorgestellt vielleicht kommt es auch noch irgendwie in der nächsten Zeit also das kann ich euch echt nur empfehlen das Team weil Carlos Vela das hat das zwei geile Infos dabei sind dazu Santicasola und hier die unterschätzten Kedira und Xavi Alonso dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und dann sag ich erstmal Ciao Hey everybody My name is E-Double Their name is PJ Harvey Let's go My mama told me One day I'ma blow up big and I'ma be your king and my papa told me It's okay to sit down It's okay to sit when shit hurts Don't forget your dreams cause they'll get you through this So-called life They call living what I call it strange and I bet I'll do it Cause I'm on my way and strong enough that I can shit the pain Hey Mr. Sunshine Mr. Rainstorm Meet me in the conference room Meet me in the conference room We need to brainstorm Meet some middle ground Meet and even kill But you're at war Pick on sides Give me fever chills Take them both like my flu shot broke I need to give and take to keep me out of that moat My head above water Thoughts of those lost this week All the tragedies stay on repeat like we can't shake shit I can't speak on it Fist to the sky but I can't beat on it Drinking my cups so I'm gonna sip on them Cam Newton probably pissed He can't stiff on them All these levels of these relative problems And benevolence is elegant for those who can solve them I'm feeling pretty low like I'm stuck at the bottom but I know I'll rebound like the bulls would ride Man I am Just exactly what I will be Just a guy who can rhyme and chop ill beats One day I'll recover from what ails me Till then I'm on that Fuck what the sails be My mama told me One day I'ma blow up big And I'ma be your king And my papa told me It's okay to sit with shit hurts Don't forget your dreams Cause they'll get you through this So-called life They call livin' But I call it strange And I bet I'll do it Cause I'm on my way And strong enough That I can shake the hand They talk about death We tryin' to live life While they signal says left But they really goin' right But who cares They got nothin' to improve upon me While we pass them fast lane Rubicon So let the shit storm ring And they try to dive us up But we just leave them hangin' Yeah, so let them catch up with the language They can talk shit But you know that we can manage They said he tired of the metaphors They are only gifts that they never really ready for So go ahead and get ready for them Pop another bottle Cause you're gonna need a steady arm It's like we livin' in the Tron game Lines are all blurred Cause we're sippin' on the Bombay John Stock vs. LeBlanc No competition when you factor in the time change Babe, who sucks? Fuck what the books say I can strike them out with three bitches in an arm sling Yeah, and we can do anything Mama said it's true And I put that on everything Mama told me One day I'm gonna go up big And I'm gonna be your king Bis zum nächsten Mal.